habe ich jetzt einen rausgenommen natürlich nicht wie brauche ich denn eigentlich acht stücke hat die former und ach ja und noch mal zwei ich brauche zwei für diese cute und acht für ein ein ding ans das case jetzt möchte da so so dass du das mission case so so cute so cute und zack kerning machine ich mache das jetzt mal kurz da oben mit hin brauche ich ein oberglocker müsste ich ja noch nicht oberglocker habe ich kein schutzformer mehr oder wie viel hält die dinge aus 32 euro ja dann brauche ich noch ein ich würde sagen ich baut die ober schingen unten ab und gehen vorher ins bett so ach jetzt habe ich nicht im packe ich das damit rein und jetzt ist das in der luft das ja auch doof also vielleicht doch so immer kurz das kabel hier weg packt es damit dazu und gehen wir dazu kabel wieder dran das muss man schauen so und äpfel klappt aber nicht schade äpfel kann ich ja nicht reinhauen schade ist blöd schade ist blöd ich hast noch eine tatsche fördern ist dass ich doch alles hier ab schade jetzt schrieb master glaube ich funktioniert leider nicht weil ich immer noch überlegen können ja was ich hier mache sechs essen die äpfel daraus kann jetzt ab dem muss machen und hier keine ahnung wo hinschieben ist nicht okay so jetzt muss ich nur kurz um die tier welt kümmern ich müsste man die seite kurz kopieren jetzt habe ich leider nicht mehr nachgeschaut wie das kopieren ging starfischer page silver ocean oil field ich habe mal schauen ich habe mal das da page silver page das ist eine teile wie uns die teile wetter nussis molten kobold block das wäre auch cool geschmolzenes kobold er war das dafür schon probieren das mal ich habe das ich habe das habe ich noch nie ausprobiert welten selber erstellen crystal block bright lightning birchwood block normal sein youtube bei james übertreiben was mal nicht so das muss erst mal die seite kopieren brauche ich dafür ein writing desk was ich hier gerade nicht habe ich sehe ich writing desk heute 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 glas bottle und eine feather das mit holz krieg noch hin glas müsste ich auch noch irgendwo haben die fehler sollte auch jetzt nicht das problem sein glas bottle aber egal ich werde sowieso noch welche brauchen glas bottle eine färbe hochklappen ist auch vorbei und holz sondern habe ich meine writing desk habe ich noch in sechs und die glatte tatsache dann füllen wir noch kurz die beiden fläche so da fülle ich jetzt wie noch mal die in sex rein so einmal zweimal weil ich werde tinte brauchen papier ist glaube ich nach oben glaube ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich habe es auf die andere seite es ist nicht normal ist zwar gerade sagen so da kommt dann noch was das hat man doch da unten rein weil es ein bisschen doof ausschaut das ist doof der schatz unsymmetrisch aus doch hier weg pakistan mit hin schaut so ein bisschen enger hinten aber okay hier wer hat danke papier war hier wegen das jetzt noch mal die das papier rein wir gehen das jetzt noch mal hoch hallo habe ich jetzt damit reintragen hat jeder was gott hallo hallo nein mein zweiter zweck wo sie seite hin hallo seite die war doch scheiße meine seite ist weg wird wohl nix mit kobalt c was nicht irgendwie war denn das jetzt noch mal ich mache das mal kurz mit anderen seite weil ich habe oder mich ist die drei mit blogseite zu verlieren test was ist das wo es mir nicht so wichtig keine ahnung habe ich glaube ich nicht so wichtig wo wir sagen mit der die zieren seite zu duplizieren ich kann ja auch den hier machen ich habe gerade so ein kann hier irgendwie so einfühlen ich nehme jetzt die dahin und krieg dann oder muss ich enter drücken wir kriegen das jetzt noch mal scheiße gott das war ich ganz einfach jetzt mal nämlich auch selbst entdeckt so wie das noch mal ging ging das jetzt ja ich muss brauchen papier das ist richtig ich muss die seite einlegen captain t wie war das jetzt noch mal scheiße ein moment ich schaue mal ganz kurz nach mit plötzlich so lange warten müssen bis gleich so bin wieder da soll vielleicht auch mein timer wieder anschalten einen moment gut ich habe es schon ausgetestet wie es funktioniert ich habe mir jetzt nicht in die zieren page und jetzt das ding ist ich muss es einfach bloß hier rein noten zum notebook legen das mache hier nach rechtsklick und hier ist ja hier ist einmal diamond or block und hier ist die neue so und damit ja kann ich jetzt fortfahren fahren sie fort noch ein link panel und eigentlich noch ein zweites ich mir fehlt ja eigentlich so bis in die wasserquelle hier oben warum kann ich nicht dass so weit kein chat begann creeper und what the fuck was habe ich gesagt die erfahrung nehme ich natürlich mit nur die erfahrung was brauche ich jetzt nicht zwingt so jetzt noch ein bisschen können ein bisschen tinte machen einmal zweimal buch hinten zerkehle ich den wieder dankeschön man hier genau so habe ich nämlich zwei dann nicht hier einmal den hier und einmal den hier sage ich hoffe das klappt jetzt und es fehlt mir genau ein leder weil ich muss ja auch wieder zurückkommen jetzt brauche ich lieber an link linken aus gotten zu gott nachtlich soll ich vor ins bett gehen muss ich wieder meine alte welt zurück und bin da ein paar kühle schlachten wer meine alte welt in das andere gebiet zurück es wurde in die kommentare geschrieben ob ich nicht die moff bot mit rein machen soll werden über leo aber ehrlich sagt wenn ich da eine andere ideen andere mod rein zu packen weil im attack of the beat team geben auf wird natürlich auch gut auf attack of the beat team gibt es advanced genetics die mode ist auch sehr interessant kommen auch schon nette dinge damit machen aber ich würde sagen ich lasse vielleicht euch im allgemeinen entscheiden es ist jetzt verdammt laut ich glaube ich werde das wieder wenn ich hier durch bin ich denke aus ob jetzt da also das dürfte jetzt mal entscheiden moff mod ja nein vielleicht oder advanced genetics ich wollte eine schistik sagen aber stimmt ja gar nicht ja nein vielleicht oder keins mehr weil oder wie auch immer wählen sie jetzt ich brauche ich brauche ich brauche leder ich bin ja einfach so selten so ein anleggt linken book ach verdammt ich müsste eigentlich mal schauen wie das mit diesem intro linking book ausschaut da kann ich nämlich innerhalb von einer welt hin und her switchen da könnte ich auch hier bequem her oder ging das überhaupt mit der version muss ich jetzt nachschauen das mache ich jetzt aber nicht erst wieder zurückfahren na na nah na habe ich hier rein nein hallo jetzt da komisch letztendem kind doch warum diesmal eigentlich nicht und warum ist eigentlich ich mache das mal ein bisschen leiser im sound hier ja trotzdem das gefühl dass die schienen also die zugfahrt hier trotzdem generell lauter ist als die restlichen sounds wo das kommt mir so vor was er zu penetrant ist und ständig an also wer ständig an der ganzen fahrt halten so gehen wir jetzt zurück oder flicken gast ich gehe immer falsch raus kein eil für mich ich habe genug juridisch könnte die steaks hier eigentlich auch kennen theoretisch sagt es habe ich einen linken book jetzt wird es interessant vielleicht soll ich meinen rest hier loswerden ich habe nicht braucht ich kann mal das wieder hier rein die holzfäller axt die brauche ich ja das ist ja alles voll die brauche ich ja erstmal auch nicht ich mache glaube ich noch mal so ein ding so und wie nennt sich das tool rack das ging wie nach slabs und eisen so hat es mal auch eine andere farbe und dann hänge ich da meine holzfäller axt hin denn der pouch behalte ich die seiten packe ich oben hin die kabel kann ich hier lassen essen mitnehmen das leder packe ich auch mit oben hin warum habe ich so viel kohle dabei ich weiß es nicht